Prinz William kann die Work-Life-Balance wahren, er muss nicht alles schultern. Exklusiv, es ist bekannt, dass William die Familie an erste Stelle setzt. Und jetzt, wo er wieder arbeitet, heißt das nicht, dass er sich für eines entscheiden muss, sagt ein königlicher Experte. Prinz William ist nach einem dreiwöchigen Urlaub zur Arbeit zurückgekehrt und hat zusätzliche Aufgaben übernommen, die sein Familienleben beeinträchtigen könnten, aber das muss nicht der Fall sein, sagt ein königlicher Experte. Daily Express US sprach mit Pauline McLaren, königlicher Autorin und Professorin am Royal Holloway, die sagt, mir scheint es nicht so sehr eine Wahl zwischen Firma oder Familie zu sein, sondern vielmehr die Suche nach einem Gleichgewicht zwischen beiden. Punkt Professor McLaren fügt hinzu, William muss aufgrund einer kürzlichen Krebsdiagnose am besten erkennen, dass er in der Abwesenheit seines Vaters nicht alles schultern muss. Punkt König Charles wird im Sandringarmhaus behandelt. Der Monarch äußerte seine Besorgnis darüber, dass William den Druck verspüre, zusätzliche Arbeit zu übernehmen, und gab William seinen Segen, die Familie an die erste Stelle zu setzen. Maclaran mischt sich ein und sagt, ich glaube nicht, dass es den einen Weg gibt, der aufgezeigt wird. Punkt Sie fügt hinzu, ich kann mir vorstellen, dass Charles Dice geraten hätte, zumal er selbst weiß, welche Auswirkungen es auf kleine Kinder hat, wenn ein Elternteil längere Zeit weg ist. Punkt Maclaran erklärt den Vorschlag des Königs mit den Worten, seine Mutter, Königin Elisabeth II. Musste viel reisen, und da die Transportmöglichkeiten viel weniger effizient waren, musste er lange Zeit bei einem Kindermädchen bleiben. Punkt das wird ihn besonders sensibel für die Bedürfnisse seiner Enkelkinder gemacht haben, daher denke ich, dass jeder Rat, den er William gibt, von Herzen kommt. Und da Karte sich immer noch erholt, ist es natürlich umso wichtiger, dieses Gleichgewicht zu erreichen. Punkt Prinzessin Kate unterzog sich einer geplanten Bauchoperation und wird voraussichtlich bis Ostern zu Hause bleiben und sich ausruhen. Punktlesia Punkt 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 Untertitelung des ZDF, 2020